Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. MC Boogie 100%. Sein letztes Album, Biografie eines Dealers, erschien im Jahr 2015. Drei Jahre später ist es nun an der Zeit für das nächste Solo-Release. 100% beinhaltet 14 Tracks. Features kommen unter anderem von Belash, Blockmonster, Cool Savage und Vazel. Das Album wird über Belief Germany veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Box. Mo Torres' Vier Wende. Vier Wende ist nach seinem Release irgendwo dazwischen aus dem Jahr 2015 sein drittes Solo-Album. Vier Wende kommt mit insgesamt 13 Tracks. Gefeatured werden Caspo, Cengiz und Philippe Haetier. Das Album kommt über das Label Usem Veedel und erscheint als CD und auch als Box. Sudden, ihr braucht mich. Das letzte Album von Sudden, Superkräfte, liegt bereits mehr als drei Jahre zurück. Nach dieser langen Schaffenspause ist es an der Zeit für ein neues Release des Trailerpark-Künstlers. Ihr braucht mich beinhaltet 13 Tracks und keinerlei Features. Das Album wird über Trailerpark veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.